Willkommen meine Freunde, heute ein neues Video und zwar zum Thema Sonnenschutz. Und zwar natürlicher Sonnenschutz mit Nahrung aufgebaut. Der Sonnenschutz in der Haut, man hat immer einen natürlichen Sonnenschutz in der Haut. Der wird natürlich durch was bestimmt? Durch Ernährung, ganz klar. Und man kann diesen Sonnenschutz aufbauen. Es gibt drei Stoffe, die man zu sich nehmen kann in der normalen Ernährung. Das sind jetzt keine Nahrungsergänzungsmittel oder so. Also die, die den eigenen Sonnenschutzfaktor erhöhen. Und die drei Stoffe werde ich euch vorstellen. Ich bin der lebende Beweis, dass das wirklich funktioniert. Ich war auf Mallorca im Urlaub. Ich bin sehr hellhäutig, weil Russe und so weiter. Und ich bin die ersten drei Tage nicht verbrannt. Obwohl ich schwimmen war im Meer und am Strand war und so weiter. Das Wichtigste ist natürlich, dass man sich, vor allem wenn man hellhäutig ist, im Schatten aufhält. Es gibt da zum Beispiel Strandmuscheln oder Sonnenschirme, die ich nicht so sehr empfehlen kann. Weil auf Mallorca ist es ziemlich windig und dann wird das zu einem echten Problem. Deswegen auch wenn man draußen rumläuft, vielleicht in einem T-Shirt rumlaufen, was die Schultern bedeckt, Schulternacken. Am vierten Tag bin ich dann auch verbrannt, leider. Vielleicht lag es auch daran, dass wirklich nach drei Tagen so gesagt der Schutz langsam weg geht. Der ist so gesagt aufgebraucht, weil ich habe ja nur die Woche davor aufgeladen mit diesen drei Stoffen. Und als ich dann auf Mallorca war, habe ich das natürlich nicht weitergeführt, weil da fehlen einem einfach die Mittel dazu. Und ich werde euch die drei Sachen vorstellen. Also am wichtigsten, wie gesagt, ist, man sollte sich im Schatten aufhalten. Ihr werdet auch im Schatten brauen. Man kann auch im Schatten einen Sonnenbrand kriegen. Mallorca ist näher am Äquator, deswegen ist der UV-Index viel heftiger als hier in Deutschland. Da verbrennst du, ja, in der Mittagssonne verbrennst du in fünf Minuten, ja. Und da sollte man auf jeden Fall lieber zu Hause hocken oder irgendwo vielleicht shoppen gehen oder sowas. Ja, sich in Geschäften aufhalten, so ein bisschen da rumlaufen an kleinen Geschäften und sich irgendwelche Andenken angucken, was auch immer. So haben wir es gemacht. Und ja, ich bin die ersten drei Tage nicht verbrannt, weil ich mich mit den drei Stoffen aufgeladen habe, eine Woche davor. Der erste Stoff, das sind die Carotinoide. Ihr kennt die vielleicht aus Karotten. Es gibt noch eine bessere Quelle, meiner Meinung nach. Und zwar, wenn man Karotten isst, dann ist das sehr zeitaufwendig. Man muss sehr viel kauen, das ist sehr viel Arbeit, sage ich mal, ja. Man kann einfach nicht so viele Karotten in sich rein kriegen. So, die andere Möglichkeit ist natürlich, Karotten und Saft zu trinken. Das ist aber auch nicht wirklich das Beste, weil das wieder ohne Ballaststoffe und so weiter, ja. Das ist nur der Saft mit Beta-Carotin drin. Aber am besten wäre natürlich, die Karotte an sich zu essen. Eine bessere Möglichkeit, um die Stoffe zu kriegen, die Carotinoide, sind Süßkartoffeln. Ja, Süßkartoffeln, davon kann man viel essen. Ja, die sind weich. Man kocht die am besten mit Schale. So hat man die meisten Nährstoffe, kriegt man die allermeisten Carotinoide, finde ich. Also mehr als Karotten. Ich habe Karotten gegessen und Süßkartoffeln. Wenn man zu viel davon isst, dann kann die Haut so ein bisschen gelblich sogar werden, weil, ja. Das ist ein Zeichen dafür, dass du wirklich aufgeladen bist mit diesen sehr, sehr guten Antioxidantien, mit diesen sehr guten Stoffen, die die Haut schützen und auch vor Krebs schützen und so weiter. So, der nächste Punkt sind Tomaten. Tomaten haben Lykopin. Lykopin ist auch ein Stoff, der den eigenen, körpereigenen Sonnenschutzfaktor erhöht. In normalen Tomaten, wenn man die im Laden kauft, hat man ungefähr 4 Milligramm Lykopin auf 100 Gramm. Dosentomaten haben etwa doppelt so viel. Und, also 10 Milligramm. Und, äh, den allerhöchsten Gehalt überhaupt hat Tomatenmark mit ungefähr 60 Milligramm auf 100 Gramm. Das Problem ist natürlich wieder das gleiche wie beim ersten Punkt. Ja, Tomatenmark kannst du keine 100 Gramm essen. Ja, deswegen ist Tomaten und Tomatenmark so am besten kombinieren sogar. Damit kann man dann am besten, ähm, ja, seinen körpereigenen Lykopin-Haushalt, ja, aufstocken. Zum Beispiel ist es auch besser, genau wie bei Karotten, habe ich gar nicht gesagt, wenn man, wenn man Karotten kocht, dann ist das, sind die Karotenoide besser verfügbar, weil die werden aus den Zellwänden aufgebrochen. Genau das gleiche wie bei Tomaten, da wird das Lykopin verfügbarer gemacht, wenn man es kocht. Zum Beispiel habe ich mir da Tomatensuppe gemacht, ja, aus Tomaten. Ich habe Tomaten genommen, Bio-Tomaten in Mixer getan, gemixt, dann in einen Topf getan, dann verschiedene Sachen, Kartoffeln, Pilze und so reingetan, dann gekocht. So kommen noch mehr Lykopine daraus aus den Zellwänden und die werden noch besser verfügbar. So, und der dritte Stoff ist Soja. Soja-Isoflavone haben sich herausgestellt, sind extrem effektiv gegen Hautkrebs, ja. Man hat Ratten genommen und hat die Strahlung ausgesetzt und sehr viele haben, ähm, Hautkrebs gekriegt und manche haben keinen Hautkrebs gekriegt. Und alle, die keinen Hautkrebs gekriegt haben, das waren alle, die Soja-Mäuse, die Soja-Milch gekriegt haben. Von daher, Soja-Milch kann ich da auch empfehlen als dritten Stoff, diese drei Stoffe. Damit habe ich mich aufgeladen und bin dann in Urlaub gegangen mit einem aufgebauten, eigenen, körpereigenen Sonnenschutz. Ich bin ohne Sonnenschutzmittel in den Urlaub gefahren nach Mallorca und es hat wunderbar geklappt. Und, ja, am vierten Tag, wie gesagt, habe ich hier an den Schultern, im Gesicht ein bisschen so, die Nase war rot und hier der Brustbereich, weil da ist sehr dünne Haut, ne. Wenn man da kein Fett hat, ich habe da kein Fett, zum Glück. Und deswegen, da ist sehr dünne Haut, genau wie am Bizeps zum Beispiel, ist sehr dünne Haut, die verbrennt sehr schnell und Nacken, ganz klar, das ist bei mir verbrannt. Ich war da wohl zu lange schwimmen und nach drei Tagen hat der körpereigene Sonnenschutz so ein bisschen nachgelassen. Deswegen, aber es ist möglich, wie gesagt, ne, es ist möglich. Ich habe da Leute gesehen, die sind so zum Teufel verbrannt, die lagen da in der Sonne, du hast sie angeguckt und dir gedacht, oh mein Gott, wie kannst du noch in der Sonne liegen, ne. Du bist rot wie eine Tomate und der liegt da in der Sonne und brutzelt weiter vor sich hin, ne. Aber so viele auch. Die absolute Katastrophe einfach nur. Man sollte niemals verbrennen, man soll immer darauf achten, dass man nicht verbrennt, das ist das Allerwichtigste. Aber es ist möglich, in den Urlaub zu fahren, den ganzen Tag draußen rumzulaufen und keinen Sonnenbrand zu kriegen. Einfach die Sachen beachten, im Schatten bleiben, zwischen 12 und 15 Uhr nicht rausgehen oder halt im Schatten rumlaufen und dann klappt das alles. Ja, ich lag auch am Strand, stundenlang, aber halt unter einem Sonnenschirm und ja, ich bin nicht verbrannt. So funktioniert das Leute, ja. Mit Ernährung baut man den Sonnenschutz auf. Ich danke euch fürs Zuschauen, gebt mir einen Daumen hoch für das Video, abonniert meinen Kanal und teilt das Video mit euren Freunden. Damit alle an die Infos kommen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao. Vielen Dank.